Kapitel 3 Übung A1 Hören und lesen Sie den folgenden Text. Leser und Nichtleser Im Land der Dichter und Denker scheiden sich die Geister. Die einen kommen nicht ohne Bücher aus, die anderen brauchen überhaupt keine Bücher zum Leben. 9% der Bundesbürger, davon mehr als die Hälfte Männer, sind buchresistent. Wenn es um Bücher geht, werden sie zu Totalverweigeren. Statt Bücher zu lesen, greifen sie lieber zur TV-Fernbedienung oder surfen durchs Internet. Die größte Gruppe sind mit rund 40% die Wenigleser. Sie konsumieren bis zu 9 Bücher im Jahr. Ein Viertel der Bevölkerung zählt als Normalleser und kommt auf 10 bis 18 Bücher im Jahr. Echte Bücherwürmer und Leseratten sind 27% der Deutschen. Sie verschlingen jährlich mindestens 19 Bücher. Dabei leihen gerade viele Leser viele Bücher bei Freunden oder in der Bibliothek aus, statt sie selbst neu zu kaufen. Sehr klein und sehr skurril ist die Gruppe der Bücherkaufenden-Nichtleser. 7% der Bundesbürger kaufen zwar regelmäßig Bücher, lesen sie aber kaum. Die Werke werden verschenkt oder als Dekoration ins Regal gestellt. 40% der Bundesbürger haben in ihrem Regal 50 bis 200 Bücher stehen. Jeder Vierte verfügt über 200 bis 500 Exemplare. Und bei 14% gibt es sogar mehr als 500 Bücher im Schrank. Kapitel 3 Übung A8 Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind hier auf der Leipziger Buchmesse, die in diesem Jahr wieder einen Rekord an Besuchern zu verzeichnen hat. Wir wollen heute wissen, wer liest was und warum. Hallo, darf ich Sie mal kurz was fragen? Ja, wenn es schnell geht. Wir möchten gern wissen, für welche Bücher Sie sich interessieren und warum. Ich interessiere mich in erster Linie für populärwissenschaftliche Bücher. Ich bin Lehrer und möchte eben gern wissen, was es für neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Ich unterrichte eigentlich Philosophie. Doch ich finde es sehr wichtig, dass ich auch weiß, was es im naturwissenschaftlichen Bereich Neues gibt. Wenn Sie so wollen, dann lese ich, um mich weiterzubilden. Herzlichen Dank. Darf ich Sie mal was fragen? Wir sind vom Mitteldeutschen Rundfunk und machen eine Umfrage. Wer aus welchem Grund welche Bücher liest? Also, ich lese gerne Krimis. Hier auf der Buchmesse hat heute Vormittag Ingrid Noll aus ihrem neuesten Roman vorgelesen. Und das wollte ich mir unbedingt anhören. Es war ganz toll. Warum lesen Sie gerade Krimis? Ich lese eigentlich nur, um mich zu entspannen. Ich bin Sekretärin. Mein Beruf ist zwar sehr anstrengend, aber es passiert nicht wirklich etwas Spannendes oder Aufregendes. Ja, und deshalb lese ich gerne spannende Bücher. Dankeschön. Hallo, wir machen eine Umfrage. Welche Bücher lesen Sie gern und warum? Hm, ich lese aus beruflichen Gründen. Ich bin Germanist und im Moment schreibe ich meine Doktorarbeit über neue Tendenzen der Gegenwartsliteratur. Das heißt, ich interessiere mich für junge deutsche Autoren und interessante neue Romane oder Erzählungen. Eigentlich bin ich hier, um mir einen Überblick über neue Bücher auf dem Markt zu verschaffen. Und haben Sie ein interessantes Buch entdeckt? Das würde unsere Zuhörer vielleicht auch interessieren. Ja, meine Empfehlung ist ein kleines, aber sehr gutes Buch von Jakob Hain. Es heißt, Herr Jensen steigt aus. Ganz herzlichen Dank. Und mit dieser Expertenempfehlung möchten wir uns für heute von der Buchmesse verabschieden. Kapitel 3 Übung A13 Hören und lesen Sie den folgenden Text Die Erfindung des Buchdrucks Das 15. Jahrhundert spielt in der Geschichte eine große Rolle. Es ist der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Spanier und Portugiesen entdeckten über den Seeweg neue Welten und in vielen Ländern gab es politische Veränderungen. Gleichzeitig war es ein Jahrhundert voller Gegensätze. Erste kirchliche Reformen und neue Wege in der Kunst standen auf der einen Seite, schreckliche Kriege und Inquisitionsprozesse auf der anderen Seite. In dieser Zeit konnten nur wenige Menschen lesen und schreiben. Bücher wie die Bibel wurden in der Regel von Mönchen mit der Hand abgeschrieben, um sie zu vervielfältigen. Es existierte auch schon der Holzdruck, doch das war ein sehr zeitraubendes Verfahren. Der 1397 geborene Johannes Gutenberg war ein ehrgeiziger und begabter Drucker. Er wollte Exemplare der Bibel herstellen, die schöner als die Abschriften der Mönche waren. Deshalb erfand er etwas ganz Neues, den Buchdruck mit beweglichen Metalllettern. Der Grundgedanke seiner Erfindung war die Zerlegung eines Textes in einzelne Druckelemente, wie Klein- und Großbuchstaben oder Satzzeichen. Diese Elemente wurden dann zu Wörtern, Zeilen und Seiten zusammengefügt, was einen schnelleren Druck ermöglichte. Als Gutenbergs Meisterwerk gilt die 42-zeilige Bibel. Das zweibändige Werk mit insgesamt 1282 Seiten entstand auf dem Höhepunkt seiner Karriere mit Hilfe von etwa 20 Mitarbeitern. Gutenberg hat für seine Bibel auch 290 verschiedene Bilder gegossen, die später in den Text eingefügt wurden. Von den 180 Exemplaren wurden vermutlich 150 auf Papier und 30 auf kostbarerem Pergament gedruckt. Heute existieren davon noch 48 Exemplare. Die Gutenberg-Bibel zählt bis heute zu den schönsten gedruckten Büchern der Welt. Mit seiner unscheinbaren Erfindung hat Gutenberg eine Medienrevolution eingeleitet. Durch sein Verfahren mit den beweglichen Lettern konnten Bücher und Texte schneller, billiger und in größeren Mengen gedruckt und verbreitet werden. Damit leistete Gutenbergs System einen großen Beitrag zur Alphabetisierung. Kapitel 3 Übung A21 Also, ich bin froh, dass es das Fernsehen gibt. Am liebsten sehe ich Filme, Liebesfilme und Komödien. Allerdings ärgert es mich, wenn die Filme von Werbung unterbrochen werden. Sportsändungen und Actionfilme mag ich überhaupt nicht. Die sieht aber mein Mann immer. Deshalb habe ich mir einen eigenen Fernseher gekauft. Dann kann mein Mann gucken, was er will. Und ich auch. Ich habe gar keinen Fernseher, weil ich denke, dass Fernsehen die Menschen dümmer macht. Und es ist ein Zeitkiller. Früher habe ich stundenlang fern gesehen und bin überhaupt nicht mehr dazu gekommen, ein Buch zu lesen. Jetzt habe ich viel mehr Zeit. Ich lese viel, unternehme mehr mit meiner Frau, gehe auch oft mit Freunden weg. Ich fühle mich irgendwie nicht mehr so gestresst. Wenn ich den Menschen, die ihre Sendung hören, mal einen Rat geben darf, schmeißt euren Fernseher auf den Müll. Das Leben ist ohne dieses Ding viel interessanter. Ich sehe nicht so oft fern. Meistens sehe ich mir nur wissenschaftliche Sendungen an. Zum Beispiel Galileo oder Wehe wie Wissen. Früher habe ich immer die Hobbythek geschaut. Das war eine tolle Sendung. Die lief im WDR. Ich bin der Meinung, dass Fernsehen klüger macht. Ich lerne immer, wenn ich so eine Sendung sehe, etwas dazu. Oh, das Thema Fernsehen. Hören Sie mir damit auf. Das ist das ewige Streitthema zwischen mir und meinen Kindern. Meine Kinder würden am liebsten bis abends fernsehen. Ich muss mit ihnen jeden Tag um die Fernbedienung kämpfen und darüber diskutieren, dass der Fernseher jetzt ausgemacht wird. Ich habe ihnen erlaubt, täglich eine Stunde fernzusehen, aber das finden sie zu wenig. Und ihre Argumente sind immer, dass die anderen Kinder auch mehr fernsehen. Es gibt Familien, da sehen die Kinder den ganzen Nachmittag fern. Vier oder fünf Stunden am Tag. Also ich finde, das sollte man wirklich verbieten. Kapitel 3 Übung A24 Hören und lesen Sie den folgenden Text. Wer bestimmt eigentlich das Fernsehprogramm? Vorbei sind die Zeiten, als Programmdirektoren das Fernsehprogramm nach ihrem eigenen Geschmack gestalteten. Heutzutage wird das Programm von Marketing- und Werbeexperten genau auf die Zielgruppen abgestimmt. Ein einfaches Beispiel. Kindersendungen laufen natürlich dann, wenn Kinder zuschauen, also nur bis in den frühen Abend. Und so funktioniert es auch für alle anderen Zielgruppen. Denn nach vielen Untersuchungen wissen die Experten alles über die Sehgewohnheiten der Deutschen. Hausfrauen sehen gern tagsüber fern. Deshalb werden in dieser Zeit vor allem Talkshows gezeigt. Teenies dürfen sich zwischen 18 Uhr und 20 Uhr über Serien wie Gute Zeiten, schlechte Zeiten freuen. Die Eltern übernehmen die Macht über die Fernbedienung mit den Nachrichten um 20 Uhr. Ab 20.15 Uhr beginnt der harte Kampf um die Einschaltquoten und die Programmgestalter achten ganz genau darauf, was die anderen Programme machen. Läuft zum Beispiel am Samstagabend die von allen Zielgruppen geliebte Sendung Wetten, dass? zeigen die anderen Sender nur Spielfilm-Wiederholungen. Oder läuft in einem Programm ein Fußball-Länderspiel, versuchen andere Programme nicht, einen Bruce Willis-Film zu zeigen, weil beide Sendungen die gleiche Zielgruppe haben. Männer zwischen 18 und 49. Spätabends kommen die Polit-Talkshows für politisch interessierte Menschen. Und ab Mitternacht denken die Programmgestalter verstärkt an einsame Herzen. Man kann also sagen, jeder Sender versucht, die möglichen Zielgruppen zu bedienen und beobachtet dabei die anderen Sender ganz genau. Auf Wiedersehen aufativt, diese Figur auf! Auf Hope aux 还是 eine Tong Fred